Musik Mittwochnachmittag im Sportlerheim der Leichtathletikfreunde Filma. Ein weihnachtlicher Duft von Lebkuchen zieht um das Heim und lockt in die warme Stube. Der Helferkreis Filma hat zur Knusperhausaktion eingeladen und erfreut die Herzen vieler Kinder. Die Kinder sind eingeladen Knusperhäuser zu basteln. Wir haben die vorgefertigt, haben Fertigbauteile gemacht bei der Monika Müller. Monika Müller war federführend bei der Aktion. Die ganzen Teile bauen die Kinder jetzt auf sehr individuelle Art und Weise zusammen und verziehen sie dann mit Smarties und ganz viel Zucker. Wir haben hier Filmarer Kinder dabei, wir haben Flüchtlingskinder dabei, viele aus Syrien, manche auch aus anderen Ländern, Marokko, Libanon, wir haben ein paar Kinder mit marokkanischem Hintergrund, die aus Spanien eigentlich kommen, also Multikulti, bunt gemischt. Wir haben uns aus einer losen Helfergruppe heraus letztes Jahr im Gebur als Verein gegründet, haben ungefähr 40 Mitglieder und versuchen halt einfach Menschen in Not, egal welcher Herkunft, Nationalität, Rasse zu helfen. Das schließt auch Filmarer Bürger ein, das heißt jeder, der irgendwo ein Problem hat, egal ob das ein persönliches Problem oder mit dem Amt ist, der kann zu uns kommen und wir versuchen zu helfen, so gut es geht. Hilfe heißt nicht unbedingt finanzielle Hilfe, so groß sind unsere Mittel leider nicht, dass wir jeden finanziell unter die Arme greifen können. Es ist mehr ideelle Hilfe, dass wir einfach unterstützen mit Dingen wie Anträge ausfüllen oder Amtsgänge machen, zum Arzt gehen, einfach nur sprechen über bestimmte Sachen, die einen belasten. Also wir versuchen in jeder Situation irgendwie den Leuten unter die Arme zu greifen. Neben dem Begegnungscafé und dem Nachmittagstreff für Kinder finden auch noch zahlreiche weitere Aktionen statt, wie zum Beispiel eine Tagesfahrt zu einem Ausflugsziel für finanziell bedürftige Kinder. Nähere Informationen erhalten Sie hier auf Filmar TV oder auf Facebook unter dem Stichwort Helferkreis Filmar. Wir hatten zum Beispiel im letzten Jahr einen Erdrutsch in Filmar in der Wallburger Straße und da haben wir auch geholfen, haben einen Spendenaufruf gemacht, haben manche Arbeiten eben mitfinanzieren können, also auch für solche Sachen sind wir da. Wir können nicht zaubern, wir können nicht alles lösen, aber wir versuchen es einfach. Vielen Dank. Vielen Dank.